Hallohen und willkommen zu Quirk. Nein, willkommen zurück zu Quirk. Boah, was mache ich jetzt? Wie mache ich das denn jetzt? Musstet der irgendwie? Also ich bin stark der Meinung, ich bin schon mal nicht verkehrt, wie ich das letztens gemacht habe. Nur habe ich keinem lassen, schon mal wie ich das letztens gemacht habe. So, ja, jetzt ist Dead Space ja auch endlich angelaufen. Hey, hey, ja. Ich glückspüls. Funktioniert jetzt ja nicht, oder? Nee, kann ja gar nicht funktionieren. Wir sollen das funktionieren, oder? Nee, das passt ja nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, das sieht gar nicht mal so nach so großem Bullshit aus, Junge. Das war Bullshit, oder? Warte, das schaffe ich noch. So, jetzt darf ich nur keinen Fehler machen. Das war vielleicht Bullshit. Jetzt, weil ich den nirgends vorhin kriege. Okay, warte, das machen wir nochmal. Das war voll klug von mir. Wie habe ich das gemacht? So. Den darüber erstmal. Wie kam ich darauf denn? Wo mein Gehirn macht schon wieder Dinge. Ja, von dem mein Körper nichts weiß. So. Warum haben wir den weg? Dann habe ich den weggeschiebt, ne? Wollen wir die noch? Fragezeichen? So, wie habe ich das denn gemacht? Hatte ich den nicht weggeschoben? Ne, hatte ich nicht weggeschoben. Na, oben geschoben. Habe ich das gemacht? Ne, weil ich habe das so gemacht. Doch, das war richtig, wie ich das mache, oder? Oder? Warte. Wenn wir mir den kleinen jetzt reinschieben, kommen wir mit dem 3er da ja gar nicht rein. Weil, hier kommen wir ja nicht mehr rein. Das heißt, wir brauchen den 2er. Das heißt, ich darf ihn hier oben gar nicht reinschieben. Öde. Mama, jetzt habe ich mich ausgesperrt. Ich glaube, ich habe es. Beziehungsweise, ich weiß auf jeden Fall, was wir machen müssen. Oder? Kui, es macht jetzt keinen Fehler. Der Ding ist ja 2 hoch, oder? 1, 2, 3. 3 ist das hoch? Aber 2 kriege ich hier nur rein. Das heißt... Das heißt... Das heißt... So. Ha, das passt aber gar nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Weil ich den kleiner jetzt gar nicht reinkriege. So, wo habe ich denn meinen Denkfehler? Dafür will ich jetzt gerne mal wissen. Ah, 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 ah. Bestimmt da. Alles cool, ich glaube, das können wir so lassen. Oh. 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 ja wie kann man brennen darauf wie das denn gemacht ernsthaft das ein scherz ist das vielleicht ein schlechter scherz ich meine wie zur hölle soll ich das denn weg machen das wollte ich nicht das war ein fehler ach jetzt verstehe ich ich habe gesagt ich verstehe dass da bin es war eine lüge ich habe es ich habe es das hat jetzt nicht gesehen okay okay da kommen wir nicht das heißt wir müssen erstmal dieses verfickte knüppel viel knüppel nicht krippel knüppel weil ich das mit meinem controller spielt und der x plus controller der hat nun mal leider den knüppel oben längst nicht das steuerkreuz wie die controllers damit wäre es einiges angenehmer zu spielen aber dann können wir den ja auch schon mal seit vorbereiten war die mussten wir wahrscheinlich auch da rein bringen also jedes mal die musik die musik die musik das ist schlimmer nur ein fehler macht es direkt am arsch ich glaube ich bin auf dem richtigen weg aber mein brain ist voll versorgt und blut eben noch der space gespielt hat erinnert mich nicht daran bitte den den vorbereiten nein wann begreife ich denn endlich dass ich hier keine fehler machen jetzt muss es aber laufen vorbereiten mit warten um um Hmm. das hat ja funktioniert doch schon fast war das müssen wir noch mal riegel durch kriegen und ich spiele das bewusst nicht mit 6 anfang grund muss mich natürlich auch drüber ärgern wenn ich das hier nicht vernünftigen kriege weil sonst bleibt ja irgendwo der spiel spaß auf der strecke das spiel spaß aber eben das zugucken man ja es war mir nur mich gebraucht ja komm starten wir es ist ein scherz das ist ein schlechter scherz das d 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 über die köln gefangen zu sehen bis zum nächsten mal